Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Antwokofon Rogue Company, hoi. Heute spielen wir mal wieder Seeker, den hab ich seit Anfangsjahres nicht mehr gespielt und ich hatte mal richtig Bock, noch eine wundervolle Runde rauszuhauen. Wir spielen Team Deathmatch, ich muss wieder einen Tag vorproduzieren, ich bin morgen nicht da. Daher, also heute schrägte ich morgen, je nachdem wann ihr denkt das Video rauskommt, ich bin gerade am Freitag, am 18. und ich mache das Video gerade eben. Ja, mal schauen. Das ist auch egal, ich bin jetzt fast nicht da, daher habe ich eine wunderhübsche Runde Rogue Company raus. Mit diesem Wunder von Rambo Seeker Skin, welchen ich auch wirklich cool finde. Ich habe Seeker länger nicht mehr gespielt, aber ich habe die Sahara, ich glaube die Sahara ist eine meiner ersten Waffen, die ich damit gemeistert habe, weil ich ihn so oft spiele. Ehm, Moment, ey, was mache ich hier gerade? Inventar, ich bin, nein, B. Ups, ich bin doof. So, kann ich kurz schauen? Genau, wie die Sahara ist eine wundervolle, wundervolle Waffe. Hiiii. So, okay, falls in welcher Wirtschaft welchen Rogue ich jetzt nicht spiele, gerne mal in die Kommentare schreiben, sprechen ist wie immer schwer. So, wir spielen noch ein paar Last, einer der besten Mapps im Spiel finde ich, der schönsten Mapp von Seinheim und alles ist schon sehr nice. Okay. Ja, I don't know. Eine sehr, sehr gute Map, die sehr viel Spaß macht zu spielen. Ich weiß nicht, wie super sie für Seeker... Wie ist... Okay, das wird Spaß machen. Okay. Okay, wir müssen eigentlich mal mit rumlaufen. Ähm... Hinter uns, scheiße. Oh, ich weiß nicht, wo die Gegner sind, ich geh mal kurz nach oben. Ach komm schon, ich bin da kein Fan von. Dann müssen wir da ganz kurz in den Explosionen reinlaufen. Schade, ich hatte gehofft, dass ihr doch irgendwie darfst euch bekommen, weil das wäre lustig gewesen. Aber es kann ja auch passieren, dass du einfach durch die Explosionen bekommst. Ah, okay, das macht keinen Sinn, das bitte benutzen. Hier ist gar niemand da hinten wäre smart, wenn ich da hinten schießen würde. Perfekt. Ach komm schon, kannst du dich an? Ja schön. Wir drüben das hier, aber der... Oh, Gott. Rutsprechend machen das gar nicht so ein Problem. Kommen wir hier helfen? Oh, shit. Ach so, heiße ich selber. Mhhh... Dann holst du sie raus. Ich darf nicht das Messer rangehen, das ist ein bisschen gefährlich. Hier unten. Ey, willst du mich verarschen? Ich hab dich doch gerade so hart getroffen gehabt. Uncool, sehr, sehr uncool. Ich bin kein Fan von. Äh... Okay, wow, hatte ich grad schlechten Aim. Ähm... Das ist sehr gefährlich, das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ja, äh... Ich hab mir mal keinen Sand gerade, das hat mir keinen Sinn gemacht. Ich hab mir gerade nur den Tod gerissen, leider. Ich war nicht smart von mir. So. Okay. Okay. Ich mag... Was? Okay, ich bin kein Fan von der Lady. Okay, damit hab ich eh gerechnet. Also die, ähm... Phantom ist nicht sehr freundlich. Ah. Okay, ja. Da kann ich nicht... Da darf man sich nicht zeigen. Auf gar keinen Fall. Ich zeig meinen Kopf und ich bin instant down. Wir müssen jetzt wirklich, äh... Anrennen. Ansonsten bleibt das hab ich nicht. Sehr schön. Weg mit dir. So, okay. Da ist niemand. Okay, crazy. Was sind die anderen? Ich hab ein bisschen Angst wieder von einer... Phantom... ...für Snipe zu werden. Ach, komm schon. Dankeschön. Perfekt. Äh... Ich bin rechtlich, dass die anderen da drüben sind irgendwo. Ja. Ah, ich hab nicht richtig getroffen. Oh, wow. Leute, deswegen surindern. Also so weit hinten sind es auch wieder nicht. Ach, mehr Leute. Äh, gut, egal. Gehen wir ran. Oh, hinter mir. Ja, kacke. Aber wir haben irgendjemand down gemacht, oder? Weiß ich ja. Wir haben Rims gekehlt, I guess. Was ist natürlich nicht so das Wundervollste ist. Das Wichtigste ist aber mehr. Ah, kacke. Wir wissen, wie sie sehen. Okay. Warte, wir gehen hier drüben lang, laden wir bestimmt nach. Ah, scheiße. Du nervst mich. Ach, komm schon. Ähm. Äh, natürlich sind die zu weit. Also, natürlich. Leute, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ach, was hinter euch. Hinter euch. Nimm mal. Wenn jemand achtet da drauf, was noch immerhin da rum passiert. Oh, shit. Dann wir schnell nach. Oh. Ja, okay, natürlich. Wie wurde ich denn von der Sniper gerade gekillt? Was? Wie? Ach, keine Ahnung. Ein bisschen sehr nervig. Na gut. Wir sind nicht so weit hinten. Wir können auch irgendwie aufholen. Das ist jetzt schon kein Problem. Wird zwar ein bisschen sch... Das war klar. Hinter uns. So. Man muss nachladen. Ah, schade. Ah, shit. Ja, unangenehm. Ah, man. Ich muss einfach anwesieren. Das ist mir nicht das Beste. Ich bin nicht der Beste drin, solchenfalls. Ich bin halt, ähm, Maschinengewehre und so weiter gewöhnt. Ah, ja. Hätte ich mit rechnen sollen, ist okay. Nehmen wir die Drohne mit. Nehmen wir den Sensor mit. Nehmen wir den Sensor mit. Nehmen wir den Sensor mit. Ah, komm schon, der ist okay. Ah. Gar nicht viel gegen machen. Oh scheiße, ja gut, da kann ich nicht mehr machen, da hatte ich keine Möglichkeit mit etwas zu tun, da war ich leider zu low, hab so viele Kills rausgeholt, aber ich bin jetzt auch nicht, wo, ah shit, ah shit, ja gut, schade, das war's, das, angenehm, wir sind im Team, aber viel dagegen tun kann man gerade nicht, glaub nicht, dass ich noch aufholen kann, war natürlich sehr cool, ah, aber, ah, hinter uns, angenehm, wir sind hier jetzt so, ja, ah, schade, ich bin weg mit dir, wenigstens bin ich unter den Top 3 Leuten, ähm, schade, also ich hätte das gerne gewonnen, logischerweise, ich bin berecht, dass sie jetzt ist und nicht, äh, irgendwie die Phantom, weil die hat gefühlt irgendwie jeden Schuss, äh, so wie jeden Schuss einfach gekillt, nur den Schuss gekillt, ist unangenehm, aber guuuuut, na gut, zeigt mir her am Ende, wird schon mal lieber, ich guess, ist mir nur aufgefallen, 3000 Schaden gemacht, 29 Eminierung, 14 Knockouts, 12 Unterstützung, eine Wiederbelebung, ja, ist okay, dann sehen wir gleich noch mal, noch mal wieder, bis gleich, oooookay, dann sind wir jetzt in der nächsten wundervollen Runde drin, wir spielen auf der Mexico Map, mal schauen, wie es laufen wird jedes Mal, ich hoffe natürlich auf einen Win, ich hab jetzt nicht, ich hab die Level geschafft schon gegnern, weil wir jetzt haben hier keine Sniper da, also, ok, das war gut getroffen, wird jetzt in dem Bereich schon mal nicht so nervig, mal das Geld bitte, ok, unangenehm, ah, shit, ach man, das war so close, ich hätte fast, ok, wow, mein Geld, ich hätte fast alle drei bekommen, das ist ein bisschen lov, dass ich genau in der Sekunde nachladen musste, warte, was macht ihr, was macht ihr genau, da ist nicht wirklich jemand, ach komm schon, ein bisschen ist er down, kannst du mich heilen, kannst du mich heilen, ja, schön, sehr freundlich, nehmen wir das Geld mit, so, wir sind hier, sind wir beide los geworden, achso, das ist ihre Leiche, ok, hier ist niemand in dem Bereich, interessant, wie wir hier irgendjemand mitnehmen können, Sehr schön. Okay, wo sind die denn? Achso Leute, die sind aber alle schon down. Schade. Jetzt können wir alle sehen, du bist hier. Über uns, über uns, ja über uns. Gehen wir kurz hier rüber, ja da unten. Gehen wir kurz weg hier, oh nein, da kann ich auch nicht mehr weg, nehmen wir das ganze damit, nehmen wir das nochmal mit. Nachladen ist nicht schlecht. Das muss ich ganz schön aufmachen. Wo? Hier drüben. Tschüss an dich, fahren wir nach. Da oben ist jemand, äh. Gehen wir kurz raus hier, das ist ein bisschen gefährlich für mich. Ah, kacke. Okay, wir sind jetzt alone. Ah, schade. Ich würde so gerne mal wieder jemand mit meinem Bogen treffen. Dann ist das easyste leider. Okay, nehmen wir das Geld kurz mit, laden wir nach, nehmen wir noch mehr Geld mit. Neue Munition. Neue Munition. So. Hier passiert gerade sehr viel. Hätte er besser treffen können, definitiv. Aber naja, ich habe den okay rausgeholt, weil da kann ich das nicht überleben. Vielleicht darüber schießen. Schade. So, ich weiß, da hinten ist noch ein Saint, 100%ig. Wie ist das denn die Waffe? So, lassen wir den Quatsch mal ganz kurz bitte. Braucht kein Messer in der Ecke. Wir können euch nochmal unter den Bogen schießen. Und dann, oh wow, oh wow, sehr sehr unlucky für mich. Scheiße, das fehlt mir. Unangenehm für mich, unangenehm für mich. Ich weiß halt nur, woher sie vorne die DMA hat. Ich war natürlich unangenehm, dass sie genau da gespawnt ist. Ist die noch hier irgendwo? Ist die noch hier irgendwo? Wie war's? Das ist da oben gewesen jetzt gerade. Na. Unangenehm für euch. Achso, ich nehme das Geld mit. So, da oben ist jemand mit einem Shotgun. Gehen wir nach. Ah, Kacke. Ich wollte jetzt sagen, das ist ihre Pistole, das ist nicht ihre Pistole, sondern die, äh, ich weiß. Die Waffe, die Castrol auch zum Beispiel hat, den Knight, ist das glaube ich. Okay, ich habe dann jemanden getroffen. Okay, okay. Oh, Leute, das ist bei uns. Unangenehm. Das hätte ich gerade fast verkackt. Oh, Kacke, ich muss hier weg. Ah, komm schon, wieso renne ich? Ich renne immer in die Gegner rein, das kann nicht wahr sein. Das ist so bad. Ah. Wie ist es, wie ich esse hier gerade? Ist ja schön. Ich bitte hier, warte. Wo ist die andere? Oh, was? Haben die Surrendert? Wie soll die Surrendern die denn? Das hat irgendwie nicht viel Sinn gemacht, gerade um ehrlich zu sein. Wichtigstens bin ich wieder unter den Top 3. Sehr schön. Das war eine coole Runde, super was gemacht. Es ist natürlich sehr schade, dass die Surrendert haben. Das ist ein bisschen gut. Ich verstehe nicht wirklich wieso, aber gut, wenn das das ist, was sie tun wollen, habe ich natürlich kein Problem damit. So, okay, perfekt. Ich bin immer noch sehr angepisst, wie wenig Erfahrung man bekommen pro Runde. Das ist halt nichts. Das ist wirklich gar nichts. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber I don't know. Trotzdem. Gut, gut. Dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like da. Abonniert, falls ihr das nicht getan habt. Passt auf mich auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.